Und morgen seid ihr tot. Das ist der diesjährige Opening Film zum ZFF. Herzlich willkommen zum 17. Zurich Film Festival. Mein Name ist Lara vom ZFF Daily Team und ich freue mich, euch heute durch das ZFF hier im Kongresshaus in der Opening Night zu führen. Von Geschichten über Grenzen bis hin zu Sex deckt das diesjährige Programm so gut wie alle Hot Topics ab. Außerdem habe ich auch die Möglichkeit, exklusive Serien nicht nur alleine zuhause, sondern auch auf dem Big Screen zu geniessen. 10 Tage, 8 Locations, über 160 Filme aus 53 verschiedenen Ländern. Bietet 14.440 Minuten auf dem Big Screen. Natürlich begrüssen wir wie jedes Jahr viele internationale Gäste hier wieder auf dem Green Carpet. Somit beginnen jetzt 10 Tage mit Fröd auf Kino und Film. Wir freuen uns auf euch.